Jetzt haben die Kinder gesagt, sie wollen eine Brinklisch-Chips, soll jetzt eine eine kaufen gehen. Ja, freilich, eine Brinklisch-Chips wollen die Kinder haben. Sicher, gell? Du, wenn es bei uns da einem Erdepfel mit Butter zu essen gibt, dann haben sie keinen Hunger. Dann sagen sie, ah du, das mögen sie nicht, gell? Aber die Brinklisch-Chips, gell, die schmecken gut, freilich. Die haben gegatschte Deckel, das ist super, gell? Alles voller Emulgatoren und Stabilisatoren. Mh, lecker, gell? Da stopfen sie sich Kiloweiß hinein. Eine so Dosele, 190 Gramm, kostet 2,49 Euro. Ein Kilopreis von über 13 Euro für so ein Club. Das gibt's ja nicht, ne? Aber wehe, wehe, ich verlaube meine Bio-Erdepfel von Hof. 1 Euro Zeine pro Kilo. Dann kommen die Leute und sagen, oh, das ist viel zu teuer, das kauf ich da nicht ab, gell? Aber die Brinklisch-Chips ist scheißegal, wenn du da ein Kilo 13 Euro kostest. Dann sagst du, so ein Brinklisch-Chips-Club, wir können mal nicht das aus. Das machen wir nicht, so. So, liebe Kinder, esst schön, brav, Erdepfel, und ihr werdet schlau und stark. Für den. Ja.